Ja, das ist immer wieder eine kleine Katz für mich, einen ganzen Tag für euch. Ah, so eine Scheiße. Immer das gleiche mit diesen Streamers. YouTuber, die ganze Zeit. Machen einfach nur Katz, zocken weiter. Bitte leh, fliegen fast die Kleberonahe. Verpiss dich doch. War jetzt klar. Haben wir noch etwas. Hallo. Danke. Ja, das war jetzt aber mal ein richtiger Bullshit. Ja, Marina kommt noch besser vorwärts. Hä, 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 hä. Okay, ich glaube, das reicht. Das war das. Boah, eine andere Weise auch noch, wenn wir das, äh, wo es war. Ja, ich muss noch kurz zurück. 34 Meter da oben. Ja, ja. Mal schauen. Wie war das? Nein, er stirbt. Oh mein Gott. Armes kleines, äh, Vögelein. Nipp. Komm, auf mir, dir. Müsst du mir ein bisschen anders noch hin. Äh, warte mal kurz. Ich will geschwind, äh. Ob ich jetzt eine Übersicht habe. Das war der, meine ich? Ja, das war hier, genau. Oh, das war hier. Oh. Ich würde mich jetzt noch aufsäure, die klein. Well, das ist gross. Aber, folgen die Logik von diesem Welt so far, wenn du dich herausfinden kannst, was du mit dem Baum zu verbringst? Und du kannst dir einen Preis. Ich habe nichts dabei, schade Geh es. Oder nicht. Deine Wahl. Aber dein Kumpass wurde aufgeteilt. Ich habe einen Plan, wir gehen mal kurz noch raus. Wir haben doch irgendwo die Säure-Dinger. Wir holen uns einfach in Zwecke. Ach, das gehölt sich weg raus. Ja, da vorne war sie doch. Diese Flieg-Dinger. Ach, die wieder. Immer noch das Geilste. Also warte mal, ich kann ja ganz allein grabbeln. Ha! Das ist ja... Was ist die Aufgabe dahinter? That is the thing. Stimmt. Ha! Guck mal, ey! Das geht ja gar nicht so einfach. Da, wo du es soll draufhören, dass wir die zu machen denen ist. Ich kann nur fragen... ... ... ... ... ... Das macht es perfekt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, du müsstest halt diese machen, was rausblässt, das kann ich nicht mehr auszeigen. Irgendwo noch? Ja, dazu noch welche, ja. Jetzt sind wir doch gerade am Morgen, ne? So, der ist da. Glaubst du eigentlich schon noch jetzt? Ja, das ist da. Hm. Dann habe ich einen Denkfehler. Hopp. 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 Jetzt haben wir ja alle zugemacht. Hopp. Und da Dampf raus? Ja. Hopp. Okay, da komm ich schon noch raus. Hopp. Versteh ich schon. Gott. Supersprung. Okay, aber nicht. Oh Mann. Aber schon, danke. Kann ich die jetzt doch? Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. So, wie wir jetzt blöde ich das, was Sie hier? Oh Mann. Oh Mann. Okay. Okay, ist noch das? Da ist das. Okay. Wer darf die Fresse? Ok, das können wir nicht. jetzt ist jetzt dahin ja und ist vielleicht nicht mit sony anstrahlen das ist ja noch gegen zu pflicht macht jetzt muss ich irgendwas mit den kernern zu tun haben das vorsteller kann ja nur er hätte sich jetzt weniger kann vorher oder wie vielleicht ein equipment teil dass ich ihn tragen kann Wäre natürlich möglich. Ich glaube, das müssen wir später lösen. Wir gehen dann erstmal zu L1 weg. Okay, nichts relevantes. Da ist ja hin. Wo man noch so hochfliegen kann. Oh, wie ist das? Ja, müssen wir da irgendwo außen rum. Ja, nervt doch nicht. Ich habe bloß nur Stände. Ah, okay. Kapiert. Ah, okay. Oh. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Was this the thing that I need? Was? 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 Whoa! Definitely gotta get past that thing somehow! Literally the mother of all flucenuts. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dass er gleich hier nicht gut fliegt, ne? Oh mein Gott. 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 Oh mein Gott.